So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 3 mit mir, Corsi und Zocomander. Moin Leute. Wir sind gerade hier im Weltall und ja, wir gehen mal weiter am besten. Und unsere Zeit läuft ab. Genau, beziehungsweise unser Sauerstofftank, denn länger hält er nicht mehr aus. Komme ich hier auch noch irgendwie rein? Wasseraufpilot. Besetzt. Ah, ich muss hier rein. Ja, genau. So, ach, muss ich jetzt fliegen oder wie? Oder fliegt das automatisch? Weiß nicht, also da stand Pilot. Warte auf Pilot. Okay. Dann bist du wahrscheinlich der Pilot. Aktuelle Position und so. CMS, Greeley, wo muss ich hin? Weiß nicht. Die Greeley erkunden, die Terra Nova erreichen. Was machen wir? Weiß nicht, wähle einfach eins aus. Okay, ich glaube, das ist egal. Na, warte, 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 warte. Äh, auf der rechten da, ne, Maschine. Der ganz rechts, genau. CMS Terra Nova, ne? Da ist ja so ein Pfeil da und ich glaube, wir müssen da, dahin. Ja, egal. Gucken wir jetzt einfach mal, ne? So. Beschleunigen. Alter, du musst fliegen. Ich kann nicht fliegen. Nein, okay. Schade, das wäre eigentlich ganz spaßig gewesen. Mit ganzen Felsen, die nur kommen werden wahrscheinlich. Genau. Ist ja Standard bei uns. So. Ja, liebe Freunde, ich mache ab sofort wirklich ohne Scheiß 360p, weil ich finde, es lohnt sich nicht, so viel Qualität in für nichts reinzustecken, ganz ehrlich. Das war nur meine Meinung, ist es natürlich Ansichtssache. Und, äh, ja, wenn ihr Qualität haben wollt, dann schaut bei Zock Commander. Genau, so sieht's aus. Aber, aber ich bin eher auf Quantität ausgerechnet, also auf Qualität. Ja. So, wo sind wir? Jetzt müssen wir raus, oder? F verlassen. Also, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt also... Ich bin in der Terra Nova. In welcher Richtung ist das Shuttle? Santos, hier haben die gespeicherten Aufzeichnungen gefunden. Was steht drin? Nur, dass das Shuttle außer Betrieb war. Sie wollten es aufschlagen. Super, also weiß niemand was Genaues. Es muss irgendwo noch detailliertere Aufzeichnungen geben. Ich sehe mich mal im Schiff um. Warum, warum kann ich hier keinen Weg weisen? Ah, hier, okay, wir müssen nach vorne. Äh, äh, geradeaus. Wie fliegt man nochmal? Mit, mit, äh, B glaub ich, ja genau, mit B. Okay, gut. So, wir müssen hier rein, oder? Müssen hier öffnen, glaub ich, ne? Genau, wir müssen da rein, mit, mit F wieder. Aber erstmal musst du natürlich landen, also. Das wäre mein Tipp, also jedenfalls. So. Schau, sie ist echt geil. Ist so, Alter, ich bin Beste. So. Ah, hier liegen schwerer Standardrahmen. Ah, nice. Ja, die sehe ich jetzt komischerweise, also. Die Ressourcen. Richtig. So, dringen wir mal diese Wumme. Äh, Wumme natürlich. Also, wir sind jetzt zufällig irgendwo hingegangen, ne? Kapitel 5. Mit Verspätung ist zu rechnen. Ja. Anzugstation, yeah. Ähm. Ähm. Sind wir jetzt eigentlich richtig gegangen, weil es gab ja auch noch andere Punkte. Ja, nein, nein, äh, guck mal, es, 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 es fiel auf, weil, also, es war ja viele Schiffe da und, und über die Schiffe war, war nur bei einem Schiff ein, ein Fall. Deshalb denke ich mal, dass es logischerweise, äh, die Story war, also, dass wir da hingenommen. Ja, wir hatten halt mehrere Punkte, wo wir hinreisen konnten, ne? Genau. So, du bist da gerade noch am rumwerkeln, ne? Ich kann da noch einen rein. Tust du dir, tust du was zusammenbauen, oder wie? Nein, das ist im Moment mein Rick, Rick, also heißt das Lebens, äh, Balken. Okay. Naja, ich meinte, ob du gerade was aufrüstest oder so, verbesserst. Ja, mach ich. Okay. Wollte ich jedenfalls machen, aber, ja, da, da fehlt was, also, da brauche ich noch Ressourcen. Bei mir fehlt sicher auch noch was, weil ich bin ja eh nicht so der Ressourcensammler. Ja, ich finde das nicht so wichtig, aber es, es ist doch wichtig, also. Ja, das stimmt. Weil man überlebt dann einfach länger, also man hält mehr aus. Boah, die sehen so geil aus, Alter. So, ich check erstmal. Anzug wechseln kann ich. Oder Rick, I'm great. Hier lag noch Altmetall rum. So, Upgrade deine Gesundheits-, Panzerungs- und Sauerstoffanzeige. Gut, was nehme ich denn? Äh, ich nehme erstmal das mit dem Gesundheit hier. Altmetall, Kosten 125, Vorrat 66. Gelitten? Warte auf Partner. Ich, ich checke gerade. Halb leider, Leiter. Ja, komm, mach nochmal. Was? Der Aufzug fährt gerade nach oben? Du bist jetzt dieses Upgrade bereits. Oh krass. Dann gucken wir mal hier, Stase eventuell. Aber ich würde dir empfehlen, mach, mach das was wichtig ist. Und, und ich finde, Rick ist, ist am wichtigsten. Also, Rick ist das, also, da kannst du mehr einstecken. Weißt du? Ja, ich checke gerade mal. Rick, da war ich gerade, aber da kann ich nichts aufrüsten, weil ich hab halt nicht so viele Ressourcen. Soll ich den Anzug wechseln eventuell? Oder? Keine Ahnung, wenn du Bock hast, dann, also, also, kannst du mal machen. Es kann ja sein, dass einer mehr aushält, glaube ich, oder? Nein, nein, das, äh, da ändert sich nur die, äh, wie heißt das nochmal, diese, äh, das Aussehen, also nur. Ja, das wär's erstmal, ich kann nichts aufrüsten derzeit. Moment, hier, warte mal, da vorne, äh, hatten wir Alt, Altmetall gehabt, wenn du willst, kannst du sie hier aufsammeln. Also, würde ich dir jedenfalls empfehlen, also. Bei mir ist dann nix. Lol. Okay, alles klar. Das hab ich, glaube ich, schon genommen, aus, aus dieser Box, ne? Die ich zertreten habe. Ja, genau, genau, genau. Genau. Ach so, okay, alles klar. So. So, da betätigen wir mal den Aufzug, meine lieben Freunde. Und, äh, ja. Wir fahren, glaube ich, nach oben, oder? Ja, im zweiten Stock. Mhm. Meine Freunde, ich, äh, also, Dead Space 2, hab ich im Moment keinen Bock drauf. Und, äh, ja, und, äh, Risen, Risen, hab ich dir ja schon 50 Parts aufgenommen. Richtig, ja. Ah, ich kann dir irgendwas geben, Korb geben, drücke. Okay, und wähle Objekte aus. Nur, wenn du willst, also, nur, wenn du möchtest. Ja. Das heißt, also, wenn du jetzt mal hier, äh, zum Beispiel Medipack hast, hab ich was übersehen? Ich glaube nicht. Ne, das war's eigentlich soweit. Gut. Ja, genau. Okay, dann können wir rein. So. Achtung, Energiereserven sind auf Standby. Frachtfunktionen sind offline. Oh, da lag noch Ressourcen. Mhm, die hab ich grad aufgenommen. Du hast sie ja schon, äh, zertreten. Genau. Aber was geht's hier? Kurzschluss. Was? Upgrade-Platine. Ja. Drehe langsam für blaue Schwachstellen. Ah, das kenne ich. Das gibt's auch bei Dead Space 2. Das ist richtig leicht. Ja. Ja. Okay, ich probier mal. Wie geht das? Also, du siehst doch den Kreis, ne? Ja. Und, äh, der lässt hier eine andere Farbe da... Da ist rot dann ab und zu, ne? Ja. Da, da, da... Kriegt er den Schlag... So, wann soll ich drücken? Wenn's blau ist, ne? Genau. Ganz blau. Okay. Ja. Ah. Da macht er das richtig, hier, da. Kleine Mann mit dem roten... Ich glaube, ich hab's. Ja. Nice. Das ist richtig. Das wäre unser Shuttle hinten im Schiff. Ich aktualisiere jetzt unsere Ordnungssender. Ich will nur hören, dass es uns zum nächsten Raumfahrtweg bringt. Wenn wir es wieder flott kriegen. Laut Diagnoseprogramm ist es ein Schrotthaufen. Wir kriegen es doch wieder flott, oder? Überall um uns herum sind die Dachstelle. Ich bringe die Kiste zum Fliegen. Na klar. Das kriegen wir hin. Ich glaube, wir müssen irgendwas machen. Oder so. Ja, ich glaube auch. Firewall deaktiviert hier. Super. Gut. Ich glaube, wir müssen hier rein. Richtig. So. Was haben wir denn hier schön? Es gibt hier irgendwelche Ressourcen. Nö. Mal gucken. Hier können wir auch weiter direkt. Manchmal sind die Gegenstände auch ziemlich versteckt hier in Dead Space. Das muss ich sagen. Finde ich auch. So. Hier sind Ressourcen. Da ist diese Kiste. Da hier. Somat Gel. Leute. Was kann man hier nehmen? Persil, yeah. Oh nice. Da bist du auch dabei. Lol, was war das? Das war gerade ein Speedautomaten. Oha. Ich habe gedacht, was geht jetzt ab? Okay, was kann ich da machen? Oh, nix. Also, das wollte ich gerade ausprobieren, aber da hat es leider nicht funktioniert. Okay, wir müssen runter. Moment, Toki. Hier oben, da gab es noch Ressourcen, falls du das nicht aufgesammelt hast. Diese habe ich schon nicht bereits. Ja. Die hier auch, die hier lag. Die kann ich nicht nehmen. Ne, da ist nix. Bam. Okay, dann gehen wir runter, ne? Jo. Schade, dass man nicht runtersliden kann. Habe ich, glaube ich, schon mal angesprochen. Leiter von Partner blockiert. So, jetzt. Kannst du dran. Partner braucht mehr Platz. Ah, hier. Das sind Monster. Ich spalle direkt mal drauf. Okay. Auf die Gedärme. Setze Chineser ein, um Kanister zu bewegen, okay? Das geht mit F, ne? Was, nochmal? Ja, genau. Chineser, die muss ich ja auch auf die Gegner werfen, ne? So, guck so, dann zack. Ja. So geht das. Ganz easy. Da hinten geht es aber auch weiter, ne? Also, wenn du jetzt nicht hier die Leiter runter gehst, sondern auf der anderen Seite hier. Soll ich mal gucken? Jo, hier, hier, bitte, mach mal. Ey, wir gucken uns erstmal hier vorne um, oder? Warte mal, wir müssen da landen. Ah, da sind Ressourcen, Dicker. Ah, genau. Gute Idee. Gut, 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 super. Super, super. Ein bisschen Munition. Wow. Wow, pass auf, Dicker. Alter. Langsamen, langsamen. So, zack. Wow. Geil, Alter. Die sind zerschlitzt, Alter. Undertaker. Mit bloßem Hand. Ja. Alter. Also, Blut spritzt hier auf jeden Fall ordentlich in dem Spiel. Ja. Leiter vom Partner blockiert. Und Leiter. Zack. Zack, 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 zack. Zack, zack. So, zerfetzt. Von oben, so geil. Oh, ich wurde von hinten attackiert. Ah, ich muss aus dem Griff entkommen. Scheiße. Ich helfe dir, mein Freund. Ich helfe dir. Ah, weggeschleudert. Headshot. Wow, damit habe ich gar nicht gerechnet, dass da einer von hinten kommt und mich rusht, Alter. Da wird man echt überrascht in dem Spiel. Oh, hier auch gerade. So, tot. So. Perfekt. Okay, ich habe alles voll. Hier, guck mal, siehst du? Ja, guck da vorne. Ja, da ist noch einer. Ja, da haben wir so eine Kiste. Zack. Aber mein Inventar ist leider voll. Wie ging das nochmal mit Inventar? Dafür musst du Tab drücken. Okay. Gut. Irgendwas könnte ich doch verkaufen, denke ich mal. Gucken wir doch mal. Also, ich glaube, verkaufen kann man hier nicht. Stasepack könnte ich mal verkaufen. Also, ich meine, die geben, meine ich, ne? Oder halt weglegen, also, wie gesagt. Ich gebe dir das. Oh, danke. Erfolg freigeschaltet. Bereitwillig teilen. Sorry. Warst du das oder ich? Ich glaube, das warst du, weil... Okay, weil ich habe gerade... Ich wollte eigentlich raus aus dem Menü. Okay, bei mir... Ah, Moment, mein... Also, meinst du, das Menü, also... Ja. Das Schnecke. Dann hat er Sucherbott. Könnte doch nichts nicht sein. Schildkröte. Boah, die Texturen sind ziemlich unscharf da, an der Stelle, ne? Ja, da haben sie... Die Entwickler sich nicht Mühe gegeben, also... Drücke 3, um den Sucherbott auszurüsten, okay? Der Prinz... Brückt... Und uns... Ah... Das denn? Radar. Der sucht irgendwas, ich weiß nicht was. Ach, der Bot sucht Ressourcen und bringt sie zur Bank. Das ist... Ey, das so gut. Ey, da oben sind Ressourcen, die sehe ich sowieso schon. Wie kommen wir da hoch? Ich glaube, der kann hier... Warte, warte, warte. Mit meinen magischen Kräften. Stimmt, die können wir herunterholen. Gut. Beds. Halbleiter. Sehr nice. Alter, wir können ja mit diesen... Also mit diesen ganzen Ressourcen richtig eine geile Wurme basteln, ey. Wir scheißen mal auf den Bot, okay? Ja, genau. Wir laufen einfach mal weiter. So. Ah, der sucht aber immer noch. Mal gucken, ob er was findet. Aber ich will sehen eh schneller. So. Oh. Alter. Wie sieht der denn aus, ey? Da vorne ist was auf dem Boden. Nice. Partner braucht mehr Platz. Ich weiß. Das ist einfach der Beste. Wow. Alter, irgendwas da unten. Ich habe was gehört. Da gehen sie ab. Da wollen sie mir Angst einjagen. Wow. Alter, kommen die von hinten, Alter. Was für Lappen. Ach du Scheiße. Alter, ich muss nur mein Leben auffüllen. Wie ging das nochmal? Äh, mit Kuh. Okay. Ich zocke so viele Spieler, deswegen ähm... Ja, vergisst man da das mal, ne? Ja. Kann ich... Kann ich verstehen. Wow, der hat irgendwas. Alter, wir bekommen aber gewaltig, äh, Ressourcen, ne? In diesem Kapitel. Ja, derzeit recht gut. Finde ich auch. So, hier weiter. Ich habe auch noch eine Halbleiter gefunden. Und gesammelt. So. Okay. Ah, hier können wir zur Bank gehen. Und das kommen erstmal irgendwelche Viecher. Die sich verwandeln. War ekelhaft. Sehr schlitzend. Ja, das war wohl nix. Das war wohl nix. Mit der Verwandlung. Genau. Bleib auf dem Boden. Kopf ab. Alter, ich muss... Ich bin gleich tot, Alter. Nein. Irgendwie muss ich eh drücken, aber ich habe nicht gecheckt für was. Was war das? Weil du hinten, hinten dran, äh, solche kleinen Viecher da hattest. Ach so. Wir haben hier eine Bank. Ja. Ah, Waffenbasteln. Hey, cool. Nice. Mal gucken, ob wir jetzt genug Ressourcen haben, ne? Und so scheiß.